ich grüße dich schön dass du eingeschalten hast ja ich bin völlig überzeugt dass wir alle das richtige machen das richtige tun mir egal was es auch ist aber es müssen noch ein paar hürden erledigt werden und ja ich sehe mich nicht als idiotikum sondern ich sehe mich als menschikum und ich habe das mit die podcasts eigentlich auch immer drauf und man muss auch generell bitte sagen dass jeder mensch das recht hat seine meinung kund zu tun und da ist es mir egal ob sich andere aufregen oder nicht ich sage es offen und ehrlich ich lasse mir weder mein maul verbieten noch sonst irgendetwas aber ihr versteht ja schon was ich meine wir sind die ruhigen menschen der person würde ich auch mal sagen und ich möchte mich wirklich darauf einstellen dass hier alles gemacht wird was in meiner macht steht und ja traurig sein ist wie wenn ich sage ochje und in diesem sinne möchte ich mich für heute von euch verabschieden schaut euch einfach meinen podcast an den ersten sowie den zweiten den link verlinke ich euch in meiner video beschreibung und ja den zweiten podcast könnt ihr ab dritten dritten um 17 uhr anschauen also dankeschön angenehmen tag an euch und pfiat gut